Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Die letzten Tage ist ja ein verrücktes Gerücht aufgetaucht, ob Raul Gonzalez Blanco neuer Schalke-Trainer wird. Denn es gibt wohl anonyme Quellen, die davon berichten, dass Schalke bezüglich des Trainerpostens eben mit Raul in Kontakt stehen soll. Aber dieses Gerücht ist erstmal beim Punkt 1 mit voller Vorsicht zu genießen. Punkt 2, Raul trainiert aktuell 2. Mannschaft von Real Madrid. Sein Vertrag läuft aus, sprich er wäre verfügbar. Aber es ist halt einfach unrealistisch. Zum einen die Quellen. Es gibt keine wirklich seriösen Quellen über das Gerücht. Es wurde gestern schon darüber gesprochen bei verschiedenen Schalke-Fanseiten. Auch Dirk Roseschlamann von Sky ist darauf eingegangen, hat gesagt, dass das Gerücht auch gar keinen Sinn macht. Und das sehe ich auch so. Natürlich wäre es schön, so einen ehemaligen Weltstar, ehemaligen Spieler, auch von uns, der auf Schalke sehr geschätzt wurde, mal als Trainer zu erleben. Aber Punkt 1 ist sicherlich die sprachliche Barriere. Punkt 2 ist vielleicht auch sein Anspruch, vielleicht auch mal bei Real den Posten in den Erzmantag zu bekommen oder was auch immer. Und Punkt 3 ist, dass unabhängig davon, was Raul als Spieler für uns geistert oder was er für internationales Ansehen hat, bedingt durch seine Karriere, ist er gar nicht der gesuchte Trainertyp. Denn es ist eben so, dass wir Schalke einen Trainer suchen, der schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, der Krisen aushalten kann, der Diskussionen ja wirklich auch managen kann. Und das ist halt bei Raul noch nicht zwingend da, weil er eben zu wenig Erfahrung im Profibereich hat, auch wenn sicherlich Real Madrid-Castille, heißt die zweite Mannschaft, relativ professionell geführt wird. Wenn nicht sogar professioneller als manche Profivereine. Aber trotzdem macht dieses Gerücht einfach keinen Sinn. Deswegen bin ich auch bewusst darauf eingegangen, weil es einfach ganz wichtig ist, das zu verstehen. Es wäre schön, wenn man mal wieder so einen Spieler auf Schalke sehen würde. Sicherlich, das ist wahrscheinlich auch der Wunsch von einigen Fans, einen Trainer wie Raul zu haben. Aber es ist einfach nicht realistisch, es passt nicht rein. Und deswegen muss man einfach einen Haken dran machen an dieses komische Gerücht, weil die Quellen sind ja ohnehin alles andere als sicher. Eure Meinung trotzdem dazu? Mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker.